Musik Mein Name ist Elisabeth Mayer, ich komme aus der Stadt Freiburg, von Brinkhotel zum Roten Bären und bin die Ausdame. Es ist so, meine Tätigkeiten gehören einfach die verschiedenen Räume kontrollieren auf Sauberkeit, die Gäste begrüßen, Räume dekorieren, ja, so sind meine Aufgaben. Also das Tolle an dem Job ist die verschiedenen Menschen, die man kennenlernt, auch die verschiedenen Kulturen. Die Aufgaben, die man hat, sind sehr unterschiedlich, es wird einem nie langweilig, ja, deswegen mache ich das auch gerne. Ja, die Fähigkeit, die man bringen sollte für den Job, das ist dann der Know-how, dann auch die Menschlichkeit, auch sich motivieren können, ist sehr wichtig, ja, und Freude an dem Job vor allem. Also ich finde das Betriebsklima in einem Ringhotel ist sehr schön. Man fühlt sich manchmal in eine kleine Familie aufgehoben, ja, ich fühle mich sehr wohl. Das Schönste ist für mich, wenn ich abends durch das Haus laufe und sehe, dass alles sauber und ordentlich ist und ich mit beruhigendem Gewissen nach Hause gehen kann. Musik